Wir alle kennen es. Mal ist Handschaudung gnädig und belohnt dein Gehirn mit ganz viel Dopamin. Und mal, oder meistens, spuckt es dir ins Gesicht und erinnert dich daran, wie schlecht du eigentlich in diesem Spiel bist. Was ist das für ein Silencer? Den hab ich nicht gesehen. In Darkseid. In der Hunt-Community gibt es dafür den Spruch Hunt giveth, Hunt taketh. In diesem Video werdet ihr also ein paar Highlights, aber vor allem auch Lowlights sehen. Alle Aufnahmen stammen aus einem einzigen Stream während der Twitch-Drops und, naja, es war einer dieser Tage, wenn ihr versteht, was ich meine. Nun wünsche ich euch ganz viel Spaß mit einer XXL-Episode von Hunt giveth, Hunt nimmeth. Nach neun Monaten mal wieder. Ich hoffe mal, hat ein Madkick gedroppt. Wir schauen. Mh, nö. Oh, perfekt. Oh, super. Oh ja, richtig gut. Oh, richtig gut. Oh ja, Lilly. Oh. Oh, oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja, und ey. Oh yeah. Auf ja. Ah ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh, oh, oh. Oh, Afto. Echt jetzt? Über mir. Puh. Ich würde ihn gerne anzünden. Das Problem ist jetzt, ich weiß nicht, ob das jetzt... Du oder Trios? Ich höre halt nix, man. Das ist, glaube ich, nur ein Duo. Diese Munition ist Cursed. So gut wie jede Dolch, die ich aufhebe, hat Dumdum. Und das sollte einem zu denken geben. Ich muss aber ein bisschen kontrollierter fänden. Und nicht so rein spammen. Ich habe richtig gehört, das war aber nichts Silvora. Es war zu lauter. Und du musst jetzt ganz dringend weg, bevor du mich noch abfuckst. Ach, bitte. Ja, genau, das wollte ich eigentlich vermeiden. Natürlich darf ich jetzt den Headshot. Kann sein, dass es gehört haben. Ach, Mann, ey. Er ist näher jetzt. Ich weiß nicht, dass es... ... ... ... ... ... ... ... Oh Gott. Das war ja. Ja, ja. Okay. Ja. Sag mal. Sag mal. Holy moly. Ich glaube, das haben sie gerade nicht gehört. Ja, ja. Was die fuck you doing here? Oh mein Gott, wie lucky. He eyes off. Fuck. Oh, das ist so krass, bro. GG, man. Kein Lightfoot. Das ist sehr close. Oh, das ist eine starke Idee, Kales. Ja, das wäre geil. Und sucht ihr durch die Map fährt, I sealed cash. Das ist eine geile Idee. Komm bitte vor das Fenster. So, tu mir den Gefallen und mach es einfach. Komm einfach vor das Fenster. Oh. Das ist scheiße. Das ist kein Bock mehr drauf. Das ist langweilig. Verworte. Oh, meine Damen. Oh, nein. Das ist mein Gefallen. Oh. Das ist mein Gefallen. Ich bin in der ganzen Welt. Ich bin in der ganzen Welt. G唯. Das ist mein Gefallen. russen Das haben mich die Hunde gefickt, jetzt haben sie die Hunde gefickt. Das ist vom Dach raus, klingt so. Natürlich muss in dem Haus ein Armut drin sein, damit ich da auch ja nicht leise rein können. Oh mein Gott, rein auf dem Dach. Ich habe den Halt haarscharf verpasst. Oh, oh. So, er läuft nicht weiter. Ja okay, er ist hier reingeduckt, danke. Immerhin. Es ist weiter gelaufen. Oh fuck. Das heißt, ich glaube, dass jemand in dem Haus hier hinter mir ist. Und dann? Hm. ich wusste es ich wusste es du kannst mich mal ich hab es gewusst so was habe ich jetzt gemacht das kann ich da nicht mehr hingehen stark scheiß oh warte mal doch oh das ist der white shirt warum bin ich eigentlich wieder im sandwich wie passiert es immer leck mich am arsch ist das scheiße das ist krass stop damit aufhören bitte helfen sehe ich bin in Gefahr bitte helfen sehe ich bin in Gefahr bitte helfen Nein, 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 nein. Ah, greedy. Scheiße. Schlecht. Mist. Mist. Fuck. Oh, er hat die Flair verschossen. Kann das andere Team bitte was machen? Hä? War keine Feuerbietle, Bro. Hä? Was ist hier mit dem anderen? was guys guys can I can I just leave I'm I'm fucking done can I just leave please can we just stop the fight can you can you go extract or I'm I just go extract I don't want to fight anymore I'm done man this was way too strap come the fuck on a a a a a a a Das ist gut, Andrus. Ja, jetzt du f***ing talk, oder was? Du musst du f***ing k***n mich! Bodenlos. Ich habe gehört, dass er reingegangen ist. Ey, wenn ihr mich jetzt noch anzündet. Geht einfach. Ich hab's verdient zu leben. Junge. Oh, sorry, mein Freund. Nice try, Baby. Was für ein nice try? Ich wollte gehen. Ey, was ist das heute? Was ist das heute? Mir egal. War ein gutes Match. War ein gutes Match. Ich hab das gut gespielt. Ich bin stolz auf mich. Die zwei. Vor allem dieser scheiß Skrypteel, den glaub ich war das. Der kann sich ficken gehen. So. Echt. Wirklich. Lappenmäe. Oh. Das ist ein Stillwater. Das ist hier unten. Das ist hier unten. Ich bin ganz lieb. Ihr seid auch lieb. Wir sind alle lieb. Wir sind alle lieb. Ich bin gar nicht da. Ja, Doggies. Wir sind alle lieb. Alle sind wir lieb. Sind die oben draußen? Oh shit. Welches Gate hat der aufgemacht? Da, oder? Ja. Der geht hier hoch. Moin. Moin. Oh Awww, ain't that a cute little gun? Ne Crown Ja Stipp, halt noch verzögerter Ja okay, sorry Bro Bro, er ist am Bleeding gestorben Es ist, also, ich wiederhole mich Krass heute Das ist heute für mich Han Shodan 149 damage mit dem Headshot Und er stirbt am Bleed Oder was war Bleed? Keine Ahnung Und wenn die schlau sind, checken die, dass ich ein Solo bin Und zünden mich an Sind wir? Ja Wolle Drei 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 Mua! Mua! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Moin Moin Ich habe auch Duos gewechselt, oder? Ich denke, ich hoffe, ich glaube, ich hoffe, ich denke, bestimmt, sicher Oh, das ist ein Katana Oh, damit würde Vincent HNA gehen Aber ich habe Angst, dass jetzt jemand Scheiß, Scheiß aus Katana, das ist, das muss halt, das muss halt, das muss halt, das muss halt weg liegen Okay, das sollte ich noch ein Oh, die sind beim weißen Haus Komm mal her, Vincent Okay, ich bin Das sind übrigens meine Steam Nachrichten. Ich hätte jetzt mal weiter halten sollen. Vincent, ich brauche dich jetzt. Mann, Vincent, greif die doch bitte an. Mann, er ist so nutzlos. Mann, ich bin so nutzlos. Mann, ich bin so nutzlos. Mann, ich bin so nutzlos. GG Ah Geil Okay, das ist der Butcher Der Butcher ist im ganz rechten Bossraum, glaube ich Oder? Ja genau Ich weiß nicht so ganz, wie ich das jetzt angehen soll Beutel Wie? Kann das sein? Dass hinter mir jemand ist, Bro Ich bin bei Skapa gespawnt, wie geht das? Ich will hier einfach nur weg Ich will einfach nur weit weg Ich möchte weit, weit weg So sind es zwei Teams Also halt hier im Compound schon Nee, das kann nicht sein Das ist ein Team Das ist ein Team Das ist ein Team Podriga ist ganz schlimm Vor allem wenn du es angereist Ganz ganz schlimm Dass denn Vettel hinter mir war Ähm Der ist da oben drinnen Äh ja Ich hab's Alter das ist so eine Scheiße Äh kacke Leg mich am Arsch Shotbolt Shotbolt ist gruselig Ich geb meine Konzertinerbomb da gar nicht hoch Ne Ja ich will eigentlich gar nicht killen aber vielleicht muss ich ich will es eigentlich gar nicht sorry ja ja Das war's für heute. Ja, das ist das... Mann, nee... Ja... Pitcher bräuchte, Mann! Fuck you! Das kippert auch ein Big Bundle, das ich nicht reinwerfen kann. Scheißdreck, echt. Big Bundles, Junge. Ich hasse Big Bundles. Aber die Sache ist halt, das sind ja nicht die einzigen, das sind ja noch Leute. Ja, ihr habt ganz recht, geht einfach. Okay, gut zu wissen. Die haben ganz recht. Einfach gehen. Ja, ich werde jetzt auch gehen. Ich will die töten, weil ich werde jetzt erstmal gehen und schauen, was die auf dem Map machen, weil die müssen weit laufen. Ich will die töten. Okay. 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 Ich dachte, die ganze Zeit, ihr habt die Bounty. Das ist so stupend. Hahaha. Ähm... Leute, wir müssen einfach weg. Okay. Okay. Nein, nicht, 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 nicht. Wir müssen einfach weg. Was ist das? Das ist so stupend. Komm wieder? Ich habe meinen Map Kit bereit. Ja, ja. Es ist okay. Es ist okay. Es ist okay. Das ist so stupend. Ich dachte, ihr habt die Bounty. Nein, sorry. Oh, goddammit. Okay. 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 Yeah. Well, let's, let's have the fuck out, man. Hahaha. Oh, fuck. Are you solo? Oh, yeah, yeah. I'm a solo. That is way too funny. Hahaha. Sorry? Uh, vielleicht? Vielleicht ein bisschen. Oh, ja. Das ist okay, das ist okay. Das ist okay. Was ist heute los? Wirklich. Aber die Sache ist, es macht auch Sinn. Es war auch der falsche Bossraum. Ich habe ja vorhin sogar noch gesagt, dass der Bossraum ganz rechts der Butcher ist. Ich habe es sogar selber gesagt. Das ist der Butcher. Der Butcher ist im ganz rechten Bossraum, glaube ich. Aber wieder vergessen. Es waren halt wirklich zwei Teams in Portugal. Ich denke. Man hätte halt einmal die Map checken müssen, ne? Ja, das weiss. Wenn der Boss so schreit, bist du der Erste im Bossraum. Moin. Moin. Der brennt nicht mal. Frech. Komm mal rein. Ach, blöserid bei sich. Mann, ein bisschen tu jetzt. Ja, lass es sein, komm. Ey, das ist so ass. Das kann es nicht angehen. Wirklich. What the fuck? Wir gehen auf Nummer sicher. Das du darfst überleben, das ist aber wirklich. Ach, leck mich. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Nein. Scheun dir an. Scheun dir an. Ooh, nee. Mann, lass mich. 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 lass mich. Mann, lass mich. Mann, lass mich.